Deswegen macht er keinen Schaden Was? Weil 30 Minuten Ok Ja ok aber... Ja danach kommst du nicht mehr auf fahren Ich fahr mit Lippen Prost schauen Äh 9000 Sag mir wenn ich bei 2k bin Mhm Kann ich mitschießen? 5 Nee Ja Nein wartet Ich lock grad Wie viel hat's noch? 5000 3 von 7 2 Ok aufhören 1-7 Aufhören aufhören Ich stell mich halt direkt ans Tagschild Dann komm ich locker rein Gerade normal Mhm Mhm Echt? Die Turtles schießen ich tue direkt runter Ich werde gesnipert Haben sie mich nicht allzu schnell runter geschossen Und mit meiner Rüstung müsste ich dann schaffen Ich könnte auch rein schilden 5 von 17 5 von 17 Haltet euch bereit Ja Bleibt in Bewegung Bleibt in Bewegung Das Brusten Alter Hast du nen Tagcam? Lol Eben runterfallen Eben runterfallen Ja Halt Wenn Keine Brust mehr hat Aber der hat eh Aimer angemacht Weil der war grad kurz offline Und jetzt Ja Ich join jetzt wieder Bergs auch genau Wenn du hinter der Mauer raus gehst Schießt er schon Der Höhenforscher ist tot Ich steh ihn Ja schieß rauf Aber er ist zurückgegangen Ja Gleich einfach drauf Crazy Wieso bist du rausgeflogen? Fresh Hab ich schon gesagt Ja du Die ganze Zeit ging es einmal frei Insofern juckt es mich nicht Das passiert Meine Güte Einmal Äh Ich bin drauf Impy hast du Blackpurs mitgenommen? Ich bin drauf Impy hast du Was hab ich mitgenommen? Leute Ich bin drauf Haltet euch bereit Ich hab mein Schild ausgepackt Wartet Mach das Schild Hast du gut ne Rüstung Impy? Alter Der hat Blueprints in der Höhenforscher Ich muss drauf Okay Da drin Flack Blueprints Machst du dich kaputt? Oder soll ich's kaputt machen? Is down Der Blackpurs Malte Scheiße Malte Malte Ich hab doch Was war denn? Malte Einrennen Herzi kriegt zu viel Scham Das ist lächerlich 300 Amor Sattel Pole oben Wo die ähm Wo so ein kleiner So kleines Häuschen ist Metallhäuschen Da liegt er drauf Aus dem Tag Sheet Nicht rausschießen Gell? Ne Er kommt immer wieder raus Zum Schießen Und zieht sich dann zurück Hallhäuschen Hallhäuschen Du meinst den Tupperdürmer Oder was? Ja da oben Der Wix halt hat eine Tuwild Jetzt hinter dem scheiß Tuwild Tower geplaced Wir bräuchten halt jetzt das Steh gehoben Oh nein Oh nein Holen 10 Minuten Ach es stirbt jetzt schon Schießt du Poler? Ja ich schieß gerade auf den Drachen Ok auf der einen Seite ist glaube ich noch eine Foundation oder? Das sind noch ein paar Das blöde ist der hat jetzt den Tuwild da hinten hingestellt aber Ne ne da ist noch Auf der einen Seite ist wirklich nur noch eine Foundation Auf der anderen Seite sind noch ein paar mehr Ja das Aber mit der einen Foundation bricht die Hälfte weg Ah die sind ja ineinander connected Oh halt ja sie Die sind ja über die Ceilings connected Na crazy mit Stehung Ja trotzdem wenn nicht kein Foundation Support mehr da ist Brecht es auch trotzdem die Hälfte zusammen Heinz? Du kannst nur von einer Foundation zwei Ceilings nach links und rechts bauen Ja stimmt Ey da müsste aber jetzt schon was zusammenbrechen soviel ich kann sagen Ja wir müssen einfach nur links die zwei, drei Foundations wegschieben Oh als ob die eine Wand hier auf so nem Oh Gott ich weiß wo es connected ist Ja du sagst Ja du sagst Hu Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 wie viel ziel hast du jetzt eigentlich an die scheiß genau über über das ist so lächerlich das ist so lächerlich das ist immer noch dass die von nein dass die foundation da drunter stehen haben die überhaupt schaden genommen ja ich komme mit drei ja das ist dann unser ich komme ja in zwei minuten ist ein restart wir müssen jetzt nutzen wir online kommen die tag base versetze wobei anderer spot wobei da oben ist oben ja da oben die leichen sind aber weg dann sind sie weg machen doch schutz eigentlich dann müssen wir halt nachgabe tot dafür was du hast meine leiche also ich weiß es nicht ob das jetzt schon gemacht ist oder ob das erst mit dem nächsten update gemacht wird das loot trotzdem liegen bleibt trotz restart aber ich habe das einmal glaube dass liegen geblieben ist da ist es so wie ist es denn jetzt ich würde einfach gerne da ist noch eine von welchen ist noch da der tag generator ist offen kann ich so nicht absniper ich bin nur noch nicht durch die steinwand auch ein bisschen abserver wird nämlich schatten in einer minute auch wenn sie nicht online kommen oder du da ist doch der petri bist du jetzt ab weggelaufen ja 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 Bis zum nächsten Mal.